Die Aristokratie ist doch 100% hierarchisch. Wie soll die hier rechts unten sein, die Aristokratie waren? Bei Libertär, komm schon. Echt, Marxismus ist hier, Sozialismus ist hier. Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, aber was glaubst du, dass die Linken wollen einfach, dass jeder Sprintweltmeister ist? Sieh'n an, informier dich, lan. Meine Güte, was war das für ein ereignisreicher Monat und ich war nicht da für euch. Dafür habe ich heute eine wunderbare Sendung vorbereitet. Es geht um das politische Spektrum. Ja, langweilig. Nee, nee, stopp, stopp. Ganz und gar nicht langweilig. Eigentlich sogar ziemlich spannend und für die heutige Zeit und die Debattenkultur unglaublich wichtig. Also zurücklehnen und viel Spaß. Ich fand das so witzig, weil du das jetzt schreibst. Szenen wurde auf Twitter letztens als rechtes Sprachrohr. Nein, ein Sprachrohr der neuen Rechten. So wurde er bezeichnet. War ich einfach so fucking witzig. Kannst du dir einfach nicht ausdenken. Das sind einfach Lillys, Alter. Ja, schau. Der sagt, soll ich meine Statements an den Applaus anpassen? Ja, Sinan. Ja, so sind sie die Lillys. So funktioniert das. Ja, du musst dich einfach an das anpassen, woher der Applaus kommt, Sinan. So machen das doch alle. Ja, und er sagt, klasse zu wissen, zu welcher Seite du gehörst. All dein Gelaber von offenem Diskurs und Meinungsfreiheit. Was bringt das, wenn du ein Sprachrohr der neuen Rechten geworden bist? Oder schon immer warst? Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein echter Mensch. Der denkt tatsächlich so. Unvorstellbar, actually. Ja, so offener Diskurs und Meinungsfreiheit. Und neue Rechte, ja. Bist du politisch links oder bist du politisch rechts eingestellt? Komm, sag schon. Naja, also ich bin links, aber Freunde nennen mich rechts. Links oder rechts? Keine Sorge, wenn du die Frage nicht sofort beantworten kannst, dann machen das andere für dich. Wenn du Pech hast, dann packen sie aber noch das kleine Wörtchen extrem an ihre Einschätzung dran. Und so bekommt jeder irgendwann irgendwie sein Label angeheftet. Bevor wir uns jetzt die Frage stellen, ob diese Einteilung nach links und rechts immer so korrekt abläuft, müssen wir aber eigentlich erstmal einen Schritt zurückgehen. Wieso gibt es gefühlt nur diese zwei Möglichkeiten? Ich meine, fast alles wird heutzutage in ultra komplexe Spektren unterteilt. Selbst da, wo es keinen Sinn ergibt. Hyperindividualisierung sorgt ja eigentlich dafür, dass man sich seine eigene Persönlichkeit ziemlich frei zusammenstellen kann. Das finde ich gut, das finde ich schlecht. Darauf habe ich Lust, darauf habe ich keine Lust. Daraus müsste dann ja eigentlich ein super krass differenzierter Mensch entstehen, den man eben nicht in nur zwei verschiedene Kategorien packen kann. Aber medial und gesellschaftlich kommt es mir irgendwie so vor, dass wir bei der Frage nach der politischen Einstellung sehr binär denken. Links und rechts. Gerade bei heiß diskutierten Streitthemen neigen wir dazu, in genau diesen zwei Kategorien zu denken. Du findest die letzte Generation gut, dann bist du links. Du bist kritisch bezüglich unserer Einwanderungspolitik. Na, also wenn du die letzte Generation gut findest, dann bist du rechts. Du weißt das nur nicht. Dann bist du rechts. Und im Grunde kann ich diese stupide Einteilung in nur zwei politische Ausrichtungen nicht mal wirklich kritisieren. Denn viele von uns, mich eingeschlossen, haben es nicht anders beigebracht bekommen. Schau, links, rechts ist alles schön und gut. Das Problem ist nur, wenn anfängt, dass man, wenn man über links redet und rechts redet, dass es dann um moralische Kategorien geht und nicht um politische. Da ist das Problem. In der Schule und vor allem in den Medien wird fast immer nur von links und rechts gesprochen. Ja, dazwischen gibt es natürlich Abstufungen. Es geht von linksextrem bis zu rechtsextrem. Aber es bleibt fast immer bei dieser eindimensionalen Betrachtung. Erst nachdem ich mich jetzt seit über zwei Jahren auf diesem Kanal mit gesellschaftlichen und politischen Themen beschäftige, habe ich gemerkt, dass dieses Modell, das nur zwischen links und rechts unterscheidet, der Realität irgendwie nicht ganz gerecht wird. Menschen und Meinungen scheinen irgendwie komplexer zu sein als das. Siehst du, und deswegen nennt man dich Fascho. Null Sinn, okay. Aber Sinan driftet immer weiter ab, weil du sagst, zwei Jahre braucht er schnell den Kategorien. Er driftet ab, er driftet ab. Er ist jetzt ein Sprachrohr der Neue Rechten. Wir werden sehen, wohin er landen wird. Um das zu verstehen, müssen wir einmal tiefer eintauchen in die Welt der politischen Spektren. Wie ich gerade... Richtig, er hat ja schon den Magerherd. Weit ist es nicht mehr. Es ist rot, weiß, jetzt fehlt nur noch schwarz. Och, die Hose ist schwarz, sehe ich gerade. Tja. Er sagte, unterteilen wir ja... Wenn er einen Handstand macht, ist es vorbei. ...gerne in links und rechts. Aber was genau soll das eigentlich heißen? Das sind ja jetzt erstmal einfach nur Richtungen. Was für Gegensätze meint man damit? Hier gibt es verschiedene Ansätze. Zum Beispiel könnte man sagen, links und rechts stehen auch für egalitär und elitär. Um es mal ganz grob zu beschreiben. Sehr gut. Der egalitäre Ansatz geht davon aus, dass alle Menschen gleich sind. Egal ob dick, dünn, hübsch, hässlich, schwarz, weiß, gesund, behindert, hetero, homo oder sonst was sexuell. Alle sind gleich. Klingt schon nach einer linken Position, oder? Beim elitären Ansatz geht man davon aus, dass Menschen nicht gleich sind. Manche Menschen sind zum Beispiel leistungsfähiger als andere. Dadurch sind sie vielleicht auch für eine Gesellschaft wertvoller? Also sind nicht alle Menschen... Das Elitäre stützt sich auch sehr oft eben auf die Ökonomie. Das heißt, wenn ich mehr Geld habe, dann soll ich mehr zu sagen haben. Sie stützen sich auf Traditionen, auf Natur, auf Genetik, auf sehr viele Dinge, wo sie dann sich ein Recht daraus selbst ableiten und rausnehmen, um andere minderwertiger als sich selbst zu behandeln. Und Linke tun das eigentlich nicht. Nun, wenn man das so sieht, diese Definition, dann können wir hier ganz klar sagen, dass die Wokis zum Beispiel, oder die Pseudowoken, dass die eigentlich rechts sind. Weil sie sind elitär. Sie bestimmen, wer was sagen darf. Sie bestimmen, wer wo dazugehören darf, wer nicht. Wer sozusagen privilegiert ist, wer nicht. Wer reden darf, wer nicht. Welches Wort du sagen darf, welche nicht. Die sind hoch elitär. Die sind sehr rechts für mich. Ja, aus diesem Ding. Schon gleich. Daraus entsteht logischerweise eine Hierarchie. Klingt eher nach einer klassisch rechten Position. Aber es gibt noch mehr... Vor allem eben deswegen so sage ich auch immer Bildungsrechte. Ja, also diese Leute, die sich für was Besseres halten, weil sie gebildet sind, weil sie zehn Bücher gelesen haben, und sagen so, ja, ich habe zehn Bücher gelesen, du hast noch kein einziges gelesen. Ja, was willst du mir sagen? Halt die Fresse, du gering verdiener. Ja. ...mögliche Gegensätze. Zum Beispiel progressiv, konservativ. Und ja, auch hier ist es so, progressiv würde man tendenziell als links und konservativ als rechts ansehen. Genauso mit den Gegensätzen internationalistisch und nationalistisch. Das Problem an der Stelle ist, konservativ könnte zum Beispiel auch egalitär sein. Stellen wir uns einfach mal vor... Demnach müsste ich linkskonservativ sein? Das ist wirklich schwierig zu definieren. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, die meisten Menschen hier sind linkskonservativ. Oder konservativ links, würde ich eher sagen. Die meisten sind hier so, die im Chat sind oder in dieser Community, glaube ich. Sind so irgendwie so Sarah-Wagenknecht-Richtung oder so. Arbeiterlinks, so ist es. Wir sind Arbeiterlinks. Und ich denke, wenn du in einer Gesellschaft lebst, die sehr egalitär ist und du möchtest das bewahren, dann bist du doch konservativ im Endeffekt, oder? Dieses Konzept der Gegensätze, die man dann links oder rechts einsortiert, ist so beliebt, dass alle möglichen Positionen so kategorisiert werden. Merkwürdige Gendersprache nutzen, links. Sie ablehnen, rechts. Generell zensieren und Ersatzwörter wie N-Wort, Z-Wort, K-Wort benutzen, links. Für Freedom of Speech einstehen, rechts. Nein, aber das stimmt ja nicht. Also für mich ist Sprache kontrollieren überhaupt nicht links. Das ist für mich rechts. Wenn du kommst und Sprache kontrollieren willst, bist du rechts für mich, bist du nicht links. Also ich meine, was ist bitte links daran, wenn wir das nehmen von Anfang an, dass es egalitär und elitär ist. Wie zum Fick, wenn es egalitär ist, stellst du dich und kontrollierst die Sprache von anderen Menschen, die sozusagen einen Ausdruck haben. Aber ja. Atomkraft generell ablehnen, links. Atomkraft als Übergangslösung in Betracht ziehen, rechts. Wir können das Spielchen jetzt immer so weitermachen. Zwei gegenteilige Positionen finden und sie jeweils links oder rechts einsortieren. Manchmal findet diese Einsortierung nach... Ja, du sagst, was ist, wenn das aus dem progressiven Zwang kommt? Aber ich glaube, wenn ein Zwang da ist, ist er nicht so progressiv in meinen Augen. Ja, wenn du mich fragst. Ja, ja, es geht eben bis Stereotypen. Klar, klar, klar. Ach, links oder rechts? Das wird wahrscheinlich eh sein Punkt sein. Rechts auch nur noch statt, weil eine bestimmte Partei das Thema besetzt hat. Bekanntestes Beispiel? AfD findet Gendern doof. AfD ist rechts. Also ist Gendern doof finden rechts. Aber hat Gendern überhaupt irgendwas mit links oder rechts zu tun? Oder was ist mit Waffenlieferungen an die Ukraine? Die Grünen sind für Waffenlieferungen. Die Grünen sind doch links, oder? Also sind Waffenlieferungen links. Ja, ja, und der dritte Weg ist auch links, oder was? Moment mal. Spätestens jetzt müssen... Ja, ja, weißt du, wenn du zum Beispiel, wenn die AfD Gendern doof findet und du Gendern doof findest, dann bist du zwar rechts, aber wenn der dritte Weg Waffenlieferungen gut findet und du auch für Waffenlieferungen bist, dann bist du seltsamerweise kein Nazi. Keine Ahnung, das ist halt sehr Doppelmoral, ne? Ich muss jedem klar geworden sein, dieses Konzept hat ein Problem. Dieses Konzept hat ein Problem, aber solange du dich an dieses, was er am Anfang gehabt hat, egalitär, elitär, wenn du dich daran hältst, kannst du alles auflösen. Das ist die ganz einfache Sache. Wenn es um links und rechts geht, das, was ganz am Anfang stand, egalitär oder elitär, das ist alles, worum es geht. Weil im Endeffekt kannst du bei all diesen Fragen, die er jetzt da gehabt hat, ja, was haben wir denn alles gehabt, warte Sekunde, da Atomkraft, Sprache kontrollieren, Gendern, internationalistisch, progressiv, konservativ, dies, das, jenes, da kannst du dir einfach anschauen, inwiefern sind diese Positionen, werden sie dazu genützt, dass die Gesellschaft egalitärer wird oder dass die Gesellschaft elitärer wird. So einfach ist das. Und je nachdem, wie sich die Gesellschaft entwickelt, ob sie mehr zum Elitarismus oder mehr zum Egalitarismus, dann bist du links oder rechts. So einfach ist das. Ganz so einfach ist das. Wenn es um Waffenlieferungen geht, schaffst du dadurch mehr Egalitarismus oder schaffst du mehr Elitarismus? Was schaffst du? Wenn du die Frage beantworten kannst, weißt du, was links und rechts ist. Das ist ganz einfach. Konzept hat ein Problem. Es geht nämlich davon aus, dass all diese Gegensätze parallel übereinander liegen und genau zwischen links und rechts, wie wir gleich feststellen werden, lassen sich manche Positionen aber gar nicht in links oder rechts einteilen, sondern finden eigentlich auf einer ganz anderen Achse statt. Das andere große Problem an dieser Gruppierung aller Positionen Bitte nicht, du kommst jetzt mit dem, wie heißt der, politischen Kompass. Auf eine eindimensionale Achse ist auch, dass man am laufenden Band falsche Rückschlüsse zieht. Du bist gegen das Gendern? So wie die AfD? Und die sind ja auf der rechten Seite? Dann bist du auch konservativ, dann bist du auch nationalistisch, dann findest du bestimmt auch Atomkraft toll. Das heißt, sobald wir von einer Person einen Standpunkt kennen, schließen wir daraus auf alle anderen Positionen. Liegen ja schließlich alle auf derselben Linie. Stimmt's? Und sind wir mal ehrlich, das ist offensichtlich Bullshit. Das einfachste und bekannteste politische Modell, die eindimensionale Achse zwischen links und rechts, ist wohl offensichtlich nicht präzise genug, um differenzierte Positionen anständig abzubilden. Ja, es wäre schön, wenn es so einfach wäre, ist es aber nicht. Gut, wenn eine Achse nicht reicht, packen wir doch eine zweite dazu. Dann haben wir immerhin schon zwei Dimensionen, also nicht mehr nur eine Linie, sondern ein ganzes Feld. Eine Möglichkeit, das darzustellen, ist das Modell nach Maurice C. Bryson und William R. MacDill. Sie haben folgende Ausprägungen als jeweilige Gegensätze definiert. Links und rechts kennen wir ja bereits. Hinzugekommen sind jetzt noch oben der Etatismus und unten die Anarchie. Nein, das ist ein Zoo-Wien-Shirt. Danke der Nachfrage. In einem ähnlichen Modell findet man aber auch die Wörter autoritär und libertär. Und was heißt... Weißt du, das ist diese Geschichte zum Beispiel, jetzt wo wir über links, rechts reden, passt das gut. Dieses T-Shirt, ich war im Zoo, habe einen Film gedreht. Und ich war im Zoo und habe dieses T-Shirt gesehen und das habe ich mir gekauft, weil es mir so gut gefallen hat. Und ich habe mir gedacht, ich kann doch dieses T-Shirt nicht kaufen. Wenn ich das jetzt im Stream anziehe, werden alle sagen, okay, der macht da Werbung für die Honigwabe oder irgendwie solidarisiert sich mit der Honigwabe. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, die sollen sich alle ficken, Alter. Vor allem so, ja, aber komm, das ist doch ganz klar, dass das Honigwabe ist. Ja, aber was ist jetzt? Haben jetzt die Rechten alle Bienen gepachtet auf diesem Planeten, oder was? Ist es jetzt so, dass ich dastehe und mich einfach jetzt von Bienen distanzieren muss, weil die Rechten einfach das für sich vereinnahmen, oder was? Tut mir leid, mache ich aber nicht. Ich werde das machen, was mir Spaß macht. Und wenn ich dadurch die Honigwaben wieder nach links hole, dann ist das so. Ja, genau, Bienen sind rechts, aber so kein Honig mehr für Erwin. Ja, das ist irgendwas einfach. Fuck that shit. Einfach so, die tun so, ja, Erwin kritisiert Woke, Erwin ist rechts. Ja, weil Kritik an Woke einfach gehört den Rechten. Warum? Ja, okay, bisher hat sie den Rechten vielleicht gehört, jetzt wird sie wieder Linken gehören. Ich appropriate jetzt, okay? Ist das jetzt? Je weiter man sich nach oben bewegt, desto mehr befürwortet man das Eingreifen und Lenken eines Staates. Und je weiter man nach unten geht, desto anarchistischer, beziehungsweise freier lässt man Gesellschaft und Markt agieren. Aus diesem Koordinatensystem ergeben sich jetzt vier verschiedene Felder, beziehungsweise politische Tendenzen. Wer volle Kanne links ist und auf staatliche Regulierung abfährt, tendiert wohl eher zum Sozialismus. Sinan! Yo, Sinan! Mach ein fucking Video über Sozialismus. Und vielleicht liest du vorher etwas über Sozialismus, so dass du weißt, was Sozialismus ist. Und nicht so einen Scheiß laberst, Alter. Das kannst du dir nicht ausdecken, was Sozialismus ist, wenn Staat... Nein, Sinan! Sinan! Nein! Sozialismus ist, wenn kein Staat... Das Konzept von Sozialismus schließt Staat aus. Im Sozialismus, nach Karl Marx, gibt es keinen Staat, gibt es keine Klassen, gibt es kein Privateigentum, gibt es kein Geld. Das ist das Letzte, was staatlich und autoritär ist. Das ist so, als würdest du sagen, Anarchisten wollen einen starken Staat. Okay? Das ist praktisch das Gleiche, die gleiche Aussage. Null Sinn. Null Sinn. Okay? Sinan, Null Sinn. Du musst dich mal informieren, was Sozialismus ist, Bruder. Und nicht einfach... War das nicht Kommunismus? Ja, Kommunismus war das. Der Punkt ist nur, Kommunismus und Sozialismus sind bei Karl Marx der gleiche Begriff. Es ist das Gleiche. Marx hat nicht Unterschieden zwischen Sozialismus und Kommunismus, sondern er hat von der ersten Phase und der zweiten Phase des Sozialismus, schrägstich Kommunismus gesprochen. Richtig. Und das, was vorher war, das, was man als Sozialismus nennt, was in der Sowjetunion war und so weiter, das war ein Versuch der Diktatur des Proletariats. Das heißt, dort haben sie versucht, den Übergangsstatus herzustellen, auf den hinaus der Staat abstirbt und man dann einfach so ein echter Sozialismus wird. So irgendwie. Sinan, informier dich, Land. Ja, also Sozialismus ist eigentlich hier ganz unten. Aber gut, wenn ihr mit Sozialismus das meint, was die Sowjetunion gemacht hat, das war halt kein Sozialismus. Das war ein Staatskapitalismus, ein totalitärer Staatskapitalismus war das. Laut Definition. Ich würde die Sowjetunion hier irgendwo in der Mitte, ja, hier irgendwo ganz autoritär, hier in der Mitte irgendwo platzieren. Ja, weil sie hatten Sozialleistungen, aber sie waren trotzdem kapitalistisch. Hier ganz außen gibt es eigentlich gar nichts. So dieses obere Fenster gibt es eigentlich nicht für mich. Und dieses untere rechts gibt es auch nicht für mich. Für mich gibt es nur dieses links unten und das rechts oben. Alles andere existiert eigentlich nicht. Hat sich die Sowjetunion nicht als sozialistisch gesehen? Nein, tatsächlich nicht. Also Lenin hat ja selber gesagt, wir sind kein Sozialismus. Regulierung voll abfeiert, aber... Der Begriff Sozialismus ist leider verbrannt, wurde zu oft für Diktaturen missbraucht. Ja, natürlich, klar. Und vor allem Kapitalisten tun ja nichts lieber, als den Begriff Sozialismus permanent mit Totalitarismus zu verbinden. Lenin, nein, wir leben nicht im Sozialismus. Genau, richtig. Rechts unten wären die Kapitalanarchisten angeordnet. Ja, aber die gibt es ja nicht. Die gibt es ja nicht. Das existiert ja nicht. Eher rechts eingestellt ist, der fühlt sich zumindest nach diesem Modell eher einer Monarchie, Anarchie, beziehungsweise dem Faschismus. Es gibt keine Libertären auf der rechten Seite. Du kannst nicht rechts und libertär sein. Wie soll das gehen? Dann ist dein Libertarismus einfach ein fauler Libertarismus. Weil du bist dann Libertär gegenüber dem Staat, aber gegenüber Kapital bist du nicht Libertär. Das ist für mich kein Libertarismus. Das ist für mich eine Mogelpackung. Deswegen kannst du dich auch nicht Anarchist nennen. Das ergibt keinen Sinn. Verbunden. Wenn man jetzt rechts ist, aber gleichzeitig staatliche Regulierung doof findet, für den ist vielleicht die Aristokratie die passende Herrschaftsform. Also quasi die schlauesten und besten Köpfe haben das Sagen, weil naja, der freie Markt das dann so regelt. Aristokratie hat er hier rechts unten angesiedelt. Wie kann das Libertär sein, Bruder? Die Aristokratie. Die Aristokratie ist doch 100% hierarchisch. Wie soll die hier rechts unten sein, die Aristokratie, Mann? Bei Libertär, komm schon, komm schon. Wie geht sich das aus, Mann? Ist dir das nicht aufgefallen, dass das keinen Sinn ergibt? So, ich zeige euch, wie das ausschaut. Schau mal. Das ist ja wie ein politischer Kompass, nämlich links oben gibt es, es gibt kein links autoritär, weil Gleichwertigkeit sorgt immer für libertäre Verhältnisse. Und dann hast du hier unten die linkslibertären. Es gibt kein rechtslibertär, weil Ungleichheit sorgt immer für autoritäre Verhältnisse. und oben rechts ist einfach, ja, rechts und unten ist links. So einfach ist das, ja. Weil autoritär, und hier siehst du hier oben in der Mitte, dieses Punkt, wo Tenki steht, das ist praktisch die Sowjetunion. Faschisten sind ganz außen, Liberale sind irgendwo hier in der Mitte, Sozialdemokraten sind irgendwo hier in der Mitte, ja, und die Endcaps sind in Wirklichkeit rechts oben, und hier ist falsch, ich würde sie zu den Faschisten tun, actually, weil das ist die echte Auswirkung ihrer Ideologie, weil es würde ein Kapitalfaschismus entstehen daraus, oder ein Kapitalfoidalismus, wie auch immer, ja. Hier ist ein demokratischer Sozialist, und hier ist Left-Communism, ja, Anarchokommunismus ist hier unten, Anarchismus ist hier unten, richtig, richtig. Genau, das ist mein politischer Kompass, nach dem ich mich orientiere. Ja, weil Aristokratie nach Libertär tun, da kann man es nicht stimmen, oder? Wer clever ist, wer Kohle hat, der hat auch Macht. Wo sind die Lilis bei diesem Kompass, meinst du? Die Lilis sind da, wo liberal steht. Ich würde sie vielleicht sogar noch ein bisschen weiter oben anordnen, bei Autoritär. Und ein bisschen weiter links. Wahrscheinlich irgendwo, ja, irgendwo hier wahrscheinlich, so würde ich sie anordnen. Aber ist ja wurscht, das ist Peanuts. Wenn der einen starken Staat ebenfalls ablehnt, aber eher links ist, der fühlt sich vielleicht im klassischen Marxismus zu Hause. Wir stellen also fest, anstatt jetzt... Echt, Marxismus ist hier, Sozialismus ist hier. Sinan, was machst du? Das ergibt doch keinen Sinn. Marxismus führt ja zum Sozialismus. Das ist ja... Sozialismus, Marxismus, Anarchismus müsste hier unten links stehen. Aristokratie gehört drauf in Richtung Faschismus. Es ergibt hier keinen Sinn. Aber gut. Jetzt nur noch stumpf... Weil vor allem, wenn du am Anfang gesagt hast, egalitär und elitär, wie kann egalitäre Gesellschaft autoritär sein? Verstehe ich nicht. Das ist ja per se nicht egalitär. Weil irgendwer muss die Autorität durchsetzen. Es widerspricht sich doch selbst. Also kann es nicht links sein. Zwischen links und rechts zu unterscheiden, können wir uns jetzt auch noch zwischen regulierendem Staat und freien Markt bewegen. Ja genau, das ist so, als hätte man gesagt, Nationalsozialismus ist unten rechts und oben rechts ist Faschismus. Genau, das ist null Sinn. Wenn wir jetzt nochmal an die Gegensätze von vorhin zurückdenken, dann fällt vielleicht auf, dass manche dieser Gegensätze sich gar nicht wirklich zwischen links und rechts bewegt haben, sondern zwischen oben und unten. Ich weiß, die Pandemie ist zum Glück vorbei, aber erinnern wir uns doch nochmal an diese schöne Zeit zurück. Wenn du den autoritären Weg gehst und aber sagst, das ist für progressive Werte, weil das wurde auch wegen Karl gefragt, ist so, wie links ist es, wenn ich jetzt sage, okay, schau, ich werde jetzt meine Macht benutzen, um euch zu beglücken. Wie links ist das? Das ergibt ja keinen Sinn. Ich kann das ja nicht als links akzeptieren, wenn ich einfach sage, ich sperre euch alle an, damit es euch gut geht. Das ist nicht gut. So erstellt man nicht eine egalitäre Gesellschaft, eine Gesellschaft, wo alle die gleichen Rechte und die gleichen Dings haben, wo alle so die gleichen Möglichkeiten haben, wo alle die gleichen Chancen haben. Kannst du nicht machen. Das ist wie Gleichberechtigung erzwingen, indem man seine Ehepartner schlägt. Ja, genau. So alle den gleichen Wert, richtig. Darum geht es. Ja, genau. So ist es. Aber erinnern wir uns doch nochmal an diese schöne Zeit zurück. Besonders viel und auch emotional wurde ja über die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung gestritten. Maskenpflicht, Ausgangssperren, 2G- und 3G-Kontrollen. Ja, du sagst, die Macht zieht schlechte Menschen an, wie scheiße die fliegen. Deswegen soll es keine Macht geben. Das ist ja genau der Punkt. Ich sage, Macht soll demokratisiert werden. Ja, durch und durch. Es wurde diskutiert, verhandelt, sich beschwert, dafür und dagegen argumentiert. Und worüber wurde genau gestritten? Naja, wenn man sich dieses Feld hier mal genauer anschaut und mal ganz ehrlich ist, dann ging es vor allem um die vertikale Achse. Wie lässt sich... Ja, aber es ist einfach, es sind alle autoritär. Das ist ja das Scheißproblem. Dass die Rechten wie die Pseudo-Linken, die Pseudo-Rechten beide und die Rechten, sie sind alle autoritär. Das ist ja genau der Punkt. Es gibt ja niemanden, wenn du rausschaust in die Gesellschaft und in den politischen Diskurs, es gibt niemanden, der nicht autoritär ist. Das ist ja das Problem. Es gibt schon Leute, die nicht autoritär sind. Ich bin zum Beispiel nicht autoritär. Deswegen hassen mich auch alle. Weil ich nicht mitspielen will bei dem Scheiß. Kann ich eine Pandemie bekämpfen mit einem starken, autoritären Staat oder klappt es auch anarchistisch? Beziehungsweise mit einer freien Gesellschaft und einem freien Markt. Ich kann und werde auch... Freier Markt ist nicht Anarchismus. Also schon, aber nicht so. Weil freier Markt ist immer Konzerne und so. Wie wir das verstehen, ist Bullshit. Auf diese Frage natürlich jetzt keine Antwort geben können. Darum geht es eigentlich auch nicht. Wichtig ist eigentlich nur zu verstehen, dass diese Themen, die damals diskutiert wurden, eher auf dieser Achse stattfanden und weniger zwischen links und rechts. Gerade wenn es um Verbote geht, sind diejenigen, die sich besonders stark beschweren, nicht zwingend auf der rechten Seite zu finden. Es kann auch sein, dass sie einfach etwas weiter unten anzutreffen sind und zu viel Regulierung durch Autoritäten fürchten. Aber auch dieses zweidimensionale Feld ist am Ende nur ein Modell. Es versucht, die Realität näherungsweise zu beschreiben und ist dabei meiner Meinung nach genauer als das eindimensionale Modell. Auf der Seite The Political Compass kann man einen sechsseitigen Fragebogen ausfüllen und herausfinden, wo man sich ungefähr befindet. Wo bist du rausgekommen? Wen es interessiert, das hier ist mein Ergebnis. Oh, Silan! Das ist, er driftet ab. Er driftet ab. Hey, eigentlich, ich überlege gerade, eigentlich sollte ich wieder mal so einen Test machen. Ich sollte wieder mal so einen Test machen, um zu sehen, ob ich wirklich abgedriftet bin. Weil der letzte Test, den ich gemacht habe, der war hier live. Ich war, wo ich das gemacht habe, das letzte Mal, ich weiß nicht, wer sich von euch erinnern kann, ich war ganz links und von unten 0,3 hoch. Das heißt, ich war praktisch vollkommen in dieser linken Ecke unten. Das heißt, ich müsste noch mal schauen, wie sich alles verändert hat bei mir. Für aufmerksame Zuschauer nicht wirklich verwunderlich, bin ich tendenziell links eingestellt und lehne Autorität ziemlich stark ab. Ja, deswegen nennen dich alle Fascho. Weil sie gebildet sind, Sinan. Und du bist einfach ein Fascho. Weil du bist für Freiheit und für Sozialstaat und du bist dafür, dass es allen gut geht. Also kurz gesagt, ein Faschist. Kennt man ja. What the fuck einfach. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich jegliche Ideologien ablehne. Immer wenn eine Gruppe von Menschen meint, die restliche Gesellschaft in irgendeiner Form erziehen und formen zu wollen, geht das meistens nur mit autoritären Strukturen. Ja, aber das ist deswegen, weil wir in einer autoritären Gesellschaft erzogen wurden und wir nichts anderes kennen, außer Leute zu bestrafen, wenn wir wollen, dass irgendwas machen. Das ist so, unsere gesamte Kultur ist so aufgebaut, dass wir einfach sagen, einfach so, was, du willst das nicht machen? Drehm die Schrauben fest an. Ja, es gibt nicht irgendwie so dieses, äh, äh, wisst ihr, was ich meine? Wer sich nicht an die neuen Regeln hält, wird bestraft. Natürlich gibt es bei der Bestrafung qualitative Unterschiede. Zwischen sozialer Ächtung, zum Beispiel orchestrierte Shitstorms im Internet, bis hin zur tatsächlichen Ermordung andersdenkender Menschen ist natürlich viel Raum. Die Idee dahinter ist aber immer die gleiche. Eine Gesellschaft mit Strafe in die gewünschte Richtung lenken. Ob das jetzt ein autoritärer Staat, eine religiöse Gemeinschaft, rechtsidentitäre Trottel oder linke Aktivisten sind, die hier erziehen wollen, ist mir dabei ziemlich egal. Ich lehne sie alle ab. Meine Position ist links und eher freiheitlich. Aber warum eigentlich nicht komplett links? Warum nicht komplett freiheitlich? Ja, dann wärst du ich. Naja, überlegen wir uns doch mal, was die jeweiligen Extrempositionen bedeuten könnten. Komplett links könnte zum Beispiel bedeuten, dass man sagt, dass wirklich alle Menschen gleichwertig sind. Es sollte absolut keine Hierarchien geben, keine Unterschiede. Wenn es sie gibt, dann müssen wir alles ausgleichen. Nein, es soll keine Machthierarchien geben. Kompetenzhierarchien kann es durchaus geben, dagegen habe ich gar nichts. Also kurz gesagt, wenn du studiert hast und deswegen ein Mechaniker bist, dann solltest eher du den Mechanikerjob kriegen, als ich, der ein Musiker ist zum Beispiel oder irgendwas oder Streamer oder Wurscht. Ja, diese Hierarchie soll es geben, aber es soll keine Machthierarchien geben. Es soll nicht so sein, dass wenn ich jetzt Ingenieur bin und du kommst vorbei und sagst, der hat deine Meinung, die gefällt mir nicht, der sollte seinen Job verlieren. Diese Hierarchie sollte nicht existieren. Diese Hierarchie sollte nicht existieren. Aber eine Hierarchie, wo du sozusagen besserer Fußballer bist oder Basketballer und deswegen kriegst du einen Platz in der ersten Mannschaft und ich nicht. Diese Hierarchie kannst du ausgeben, damit habe ich kein Problem. Und naja, so sehr ich für Gleichberechtigung bin, das halte ich für ein sehr merkwürdiges Konzept. Menschen sind nun mal auch unterschiedlich. Die einen sind halt... Ja, aber nicht in der Macht. Es geht um Machthierarchien. Der hat sich nicht gut informiert. Du hättest mit mir vorher reden sollen, ich hätte dir bei dem Video geholfen. Das... ...wirklich etwas leistungsfähiger als die anderen. Der Parabelritter zum Beispiel macht, keine Ahnung, drei Videos die Woche und ich mache erst mal vier Wochen Pause. Wir sind offensichtlich nicht gleich. Gegen High Performer alle... Was hat das mit irgendwas zu tun, Bro? Das ist doch keine politische Komponente. Du machst vier Wochen Urlaub und der andere macht vier Videos währenddessen. Hä? Bro, was? Das ist doch keine politische Komponente. Sex habe ich persönlich keine Chance. Ja, was siehst du jetzt? Schau mal. Okay, ich erzähle es dir. Sinan, wir sind nicht gleich. Ich habe keine rote Kappe, wie du eine rote Kappe hast. Das ist kein Problem. Das ist alles in Ordnung. Nicht jeder muss eine rote Kappe tragen oder keine. Okay? Ein Problem wäre es, wenn es so wäre, dass Leute mit roter Kappe mehr wert in einer Gesellschaft sind als Leute ohne rote Kappe und die Leute mit roten Kappen dürfen über das Leben von denen ohne Kappe bestimmen. Das wäre ein Problem. Das will niemand. Okay? Weil deine fucking rote Kappe befähigt dich genau zu gar nichts. Und du nimmst dir einfach ein Recht heraus, über andere zu herrschen. Und das macht keinen Sinn. Das ist die Ungleichheit, die wir nicht wollen. Die Ungleichheit in dem Sinne, wie lange du Urlaub machst und wie lange ich Urlaub mache, wie viel du verdienst und ich verdiene, wie viel... Welchen Beruf du machst und was ich mache und wie gut du im Sport bist und wie schlecht ich bin. Mein Gott, ja, diese Hierarchien können durchaus bleiben, weil es sind keine Hierarchien eigentlich. Das ist halt Kompetenz. Scheiß auf das. Akzeptieren wir, wie es ist. Und deswegen... Ja, wir leugnen die Macht der Kappe. Verdient der Alex vermutlich auch deutlich mehr Kohle als ich. Und das ist vollkommen richtig so. Eh? Es gibt keinen Linken, der normal im Kopf ist, dem das stört. Also ich glaube, man muss schon ein vollkommener Idiot sein, wenn man ein Problem damit hat. Das ist jetzt im Ernst. Also ich finde auch, dass wenn der Parabler Ritter mehr arbeitet als du, soll er auch mehr verdienen. Das ist alles gut. Wer mehr leistet, soll auch mehr bekommen. Ja. Und körperlich sind die Menschen natürlich auch nicht gleich. Manche haben bei der Lotterie der Genetik tierisch Glück gehabt. Ja, das ist okay. Sie sind hübscher, größer, stärker. Ja, und das ist auch okay so. Und sie sollen die Vorteile davon haben oder die Nachteile. Alles in Ordnung. Aber keiner soll sich über einen anderen stellen darauf hin, indem er zum Beispiel sagt, schau, ich bin weiß, ich wurde geboren als weiß, du bist schwarz, deswegen bist du weniger wert und stellst dich über den. Ja, das darf nicht passieren. Aber ansonsten ist das kein Problem, wenn du anders bist. Wer juckt das? Sei halt anders. Natürlich bist du anders. Du bist Türke, ich bin Jugo. Was reden wir? Natürlich sind wir anders. Das ist aber auch in Ordnung. Gerade bei Spitzensportlern sieht man, dass eben nicht jeder alles erreichen kann. Nein. Klar kann man viel lernen und trinken. Ja, aber was glaubst du, dass die Linken wollen einfach, dass jeder Sprint-Weltmeister ist? Bro, das geht sich doch nicht aus. Irgendwer muss gewinnen. Bei Sport zum Beispiel. Aber der Punkt ist, beim Sport gewinnen und beim Sport Konkurrenz ist alles in Ordnung. Aber in der Wirtschaft darf es so nicht sein. Zum Beispiel. Oder in der Politik. Es darf nicht sein in der Politik, dass jemand nicht mitreden darf. Es darf in der Wirtschaft nicht sein, dass einer einfach verhungert. Ja, weil andere mehr Profit machen wollen. Und dann vergiften sie ganze Flüsse und Menschen sterben einfach an Krebs. Das darf nicht sein. Das ist einfach eine Machtausübung, die nicht da sein darf. Das ist das Problem. Und nicht einfach, dass du jetzt eine andere Hautfarbe hast. Who cares? Das hast du halt. Ja, bist anders. Ja, du arbeitest mehr und verdienst mehr. Who gives a fuck? Das interessiert niemanden. Die Vermischung von Sport und Kapitalismus macht den Fußball kaputt. Du, Bro, schreibe einfach, die Vermischung von X und Kapitalismus macht X kaputt. Okay, such dir aus, was immer du willst. Du wirst einsetzen, was immer du willst. Euro-Creme. Ja, ja, Musik und Filme auch. Ja, ja, du kannst einfach, ich sag dir, X plus Kapitalismus ist gleich X ist scheiße. Das suchst du aus. Ja, es ist... Jan, aber eine gewisse Basis muss vorhanden sein. Ein 1,60 Meter kleiner Mann wird kein Schwimmweltmeister. Tut mir leid, wird nicht passieren. Und das müssen wir auch nicht gleich machen. Menschen sind nicht alle gleich. Niemand will Menschen gleich machen. Ey, wie oft soll ich das noch sagen? Uns Linken geht es nicht darum, dass jeder Glitzerhosen und Propellerhüte trägt. Es geht uns einfach darum, dass jeder Mensch die gleiche Freiheit hat, die gleichen Chancen hat, den gleichen Wert in der Gesellschaft hat. und dass niemand von oben herunter angespuckt wird und dass nicht irgendein Arschloch daherkommt und irgendjemandem einfach die Chancen und das Leben wegkommt. Opa kommt aus Kaliningrad und Oma aus Kapstadt. Aber jetzt wird es interessant. Denn das ist auch der Grund, warum ich nicht komplett unten auf der libertären Achse stehe. Nein, Sinan. Warum du nicht unten komplett auf der libertären Achse stehst, ist, weil du glaubst, dass wenn es nicht eine gewisse Macht von oben gibt, die gesamte Gesellschaft zusammenbricht. Deswegen bist du hier unten. Nicht deswegen, weil es war ja, ich meine, ich kenne ja die Fragen vom Political Compass. Es gab sicher keine Frage, möchtest du, dass alle Propellerhüte und Glitzerhosen tragen auf Leben lang und dass alle gleich gemacht werden, auch wenn sie voller Unterschiede sind. Die Frage gab es sicher nicht, oder? Weil das ergibt keinen Sinn. Aber es wird die Frage wahrscheinlich gegeben haben, braucht es eine gewisse Machterhaltung durch Polizei? Braucht es eine gewisse Machterhaltung durch ein Militär? Braucht es manchmal, es gab solche Fragen wie, manchmal muss der Stärkere durchgreifen, damit Ordnung herrscht? In fünf Stufen. Ja, bist du sehr dafür, bist nein, total dagegen. Und da hast du wahrscheinlich irgendwie so, na ja, schon geantwortet. Deswegen bist du höher. Das ist der Grund. Wer, wenn nicht ein gerechter Sozialstaat, kann denn dafür sorgen, dass Ungleichheiten ein Stück weit ausgeglichen werden? Wie ich gerade sagte, ja, manche Menschen sind weniger leistungsfähig als andere. Ich möchte aber nicht, dass der Markt hier regelt und diese Menschen einfach unter die Räder geraten. Deswegen bist du weiter links. Nein, auch wer kein High Performer ist, soll ein menschenwürdiges Leben führen dürfen. Auch wer nicht reich und hübsch geboren wurde, soll die Möglichkeit haben, eine Schule zu besuchen und das Beste aus seinem Leben zu machen. Super, du bist ein Sozialist. Ein Staat, eine übergestellte Institution soll, meiner Meinung nach, für einen gewissen Ausgleich sorgen. Ja, du sagst, ich wünsche mir, dass auch Leute, die nicht studiert haben, sondern hart arbeiten, genauso anerkannt werden. Absolut, geht mir auch so. Ja, keine Ahnung. Bei uns ist es ja irgendwie so, oh, der ist Arzt. Oh, der putzt nur Klos. Ja, okay. Geh das nächste Mal in ein geschissenes Klo und dann brauchst du einen guten Arzt. Einfach, verstehst du? So, komm. Respektiere einfach alle beide. Oh, das ist ein Fußballspieler. Wie wichtig für unsere Gesellschaft. What the fuck einfach. Das ist ein scheiß Fußballspieler. Chill. Ja, genau so bei Rockstars. Also, was redest du? Und so kommt meine Position zustande. Links, ja, aber nicht alles gleich machen. Freiheitlich, ja, aber nicht survival of the fittest. Und wie sehen die Extrempositionen oben und rechts aus? Du sagst aber, wenn es ein Zusammenleben ohne Macht geben soll, dann müsste sich ja quasi der menschliche Geist in einem evolutionären Quantensprung weiterentwickeln. Ich verstehe es noch nicht ganz. Eigentlich, ich glaube, er müsste nur nicht kaputt gemacht werden von diesem Mindfuck, in dem wir heute hier leben. Das heißt, wir leben hier komplett ein verkehrtes Leben. Alles ist falsch aufgebaut. Die gesamte Erziehung ist falsch aufgebaut. Die gesamte Schule ist falsch aufgebaut. Alles ist falsch aufgebaut. Und solange du dieses Einwurken auf den Menschen hast, das ihn einfach geistig verkrüppelt und seelisch verkrüppelt, kann er nicht dorthin, ich glaube, wenn man den Menschen wachsen lassen würde und ihn einfach begleiten würde und ihm helfen würde, könnte er das einfach von Geburt an, er wäre schon bereit dafür. Jetzt beobachtet man den Menschen quasi im Käfig. Absolut richtig. Und das ist halt nicht repräsentativ. Aber man sagt dann so, ja, aber so ist der Mensch, das ist die Natur des Menschen, wie er jetzt im Käfig lebt. Und dann, wenn man ihm sagt, schau, es gibt auch eine Welt außerhalb des Käfigs, das nennt sich Sozialismus zum Beispiel, dann sagt er so, ja, das ist aber nicht die Natur des Menschen. Ja, weil du glaubst, dass einfach der eingesperrte Mensch, dass das seine Natur ist. Ich verstehe, aber das stimmt halt nicht. Es ist halt nicht wahr. Was soll ich machen? Na ja, komplett rechts würde bedeuten, dass Menschen nicht nur ungleich, sondern auch ungleichwertig sind. Ja, Sinan, das ist auch, nach links geht auch gleichwertig und nicht gleich, gleichwertig. Und hier ist es auch ungleichwertig. Verstehst du? Ist gleichwertig, ungleichwertig. Nicht Gleichmacherei. Blödsinn. Dann gäbe es bessere und schlechtere Menschen. Schlechtere Menschen wären demnach ja wertloser. Und dass die Skala der Wertlosigkeit nach unten offen ist, haben wir Deutschen natürlich schon mal eindrucksvoll bewiesen. Danke, brauchen wir nicht nochmal. Und was passiert, wenn man sich ganz nach oben auf diesem Feld bewegt? Autoritär bis zum Anschlag? Na ja, das wäre dann eine ziemlich unfreie Gesellschaft. Und egal ob links oder rechts, Andersdenkende leben dann ziemlich gefährlich. Ja, das ist Lillistan. Wobei ich sie mehr rechts einordnen würde, wenn du mich fragst. Sie dürften von einem autoritären Staat eigentlich nicht geduldet werden. Die Gefahr, dass sie eine Revolution anzetteln, wäre ja viel zu groß. Also muss ein autoritärer Staat alles niederknüppeln, was nicht auf Parteilinie ist. Ja, das sind die ganzen Pseudolinken, diese ganzen Lillis, diese Vokies. Ja, die gehen ja auch die ganze Zeit hin. Zum Staat können sie nicht gehen, weil den Staat verachten sie irgendwo. Also gehen sie dorthin, dass sie sagen, hey Konzerne, könnt ihr einfach alle, die anders denken, niederprügeln? Könnt ihr einfach alle, die anders denken, einfach deplattformen und fertig machen und ihnen den Job wegnehmen und die Bankkonten? Könnt ihr das machen? Könnt ihr die auslöschen? Vollkommen. Ja, kann man machen. Ja, kann man machen. Nur, was diese Leute halt nicht checken, sie sind die Nächsten. Das ist einfach, was sie nicht verstehen. Und oh Wunder, oh Wunder, als jemand, der Gewalt zu 99,9% ablehnt, finde ich autoritäre Systeme natürlich ziemlich doof. Und hiermit... Wenn du sie zu 99,9% ablehnst, wieso bist du dann nicht weiter links unten, Kumpel? ...möchte ich nochmal wiederholen. Wer dieses autoritäre System installieren will, ob ein Staat, eine Religion, bekloppte Rechte oder bekloppte Linke, ist mir sowas von dermaßen egal. Hier differenziere ich ausnahmsweise mal nicht. Autoritär kann mich mal. Wir sehen auf jeden Fall, dieses zweidimensionale Feld funktioniert schon mal wesentlich besser, wenn es darum geht, die Einstellung eines Menschen abzubilden. Also besser als dieses eindimensionale Ding da. Aber auch das ist im Grunde ja nur eine Annäherung. Und es gibt auch noch weitere Modelle, Felder, Möglichkeiten, politische Positionen sichtbar zu machen. Ich halte alle für präziser und sinnvoller als diese stupide Einteilung zwischen links und rechts. Vor allem habe ich aber das Gefühl, dass viele gesellschaftlichen Diskussionen sich mittlerweile eher zwischen oben und unten, also autoritär und libertär bewegen. Diese vertikalen Positionen dann mit Gewalt in irgendwelche linken oder rechten Lager zu sortieren, bringt da ehrlich gesagt gar nichts und wird häufig eigentlich auch nur versucht, um Meinungen zu ächten. Und ich will jetzt ungern wieder auf das arme ZDF-Magazin Royale und Jan Böhmermann einprügeln, daher nur eine kleine Bemerkung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Böhmi und seine Redaktion sich auch mal dieses zweidimensionale Feld der politischen Spektren anschauen sollten. Manche Themen haben nämlich bei genauer Betrachtung viel weniger mit links und rechts zu tun, als viel mehr eben mit der Frage nach autoritär und freiheitlich. Im Grunde war, seine gesamte Folge zur Entwicklung auf Twitter mehr oder weniger am Thema vorbei. Es geht heute um Freiheit. Ist sie die Einzige, die fehlt? Also es geht... Man tut das nicht auch aus Unwissenheit. ...heute um Freiheit im ZDF-Magazin Royale. Das sehr spezielle Freiheitsverständnis von Elon Musk und Matthias Löffner zieht natürlich, ich sag mal so, eine gewisse Klientel an. Elon Musk ist ein Nazi-Magnet. Wer hätte das gedacht? Der Nazi-Magnet ist ein Nazi-Magnet. Man könnte sagen, eine vertikale Beobachtung wurde mit viel Mühe auf die Horizontale projiziert. So richtig sinnvoll ist das nicht. Aber wir lernen ja alle dazu. Auch ich. Hoffe ich zumindest. John, was ich seit der letzten Sendung vor vier Wochen eingenommen habe, möchte ich euch noch einen kleinen Ausschnitt einer interessanten Unterhaltung zeigen, die unter dem letzten Video stattfand. Zwei Zuschauer unterhielten sich über mich und meine angeblich fragwürdige Entwicklung. Wie so häufig geht es dabei vor allem darum, mit wem ich rede. So schreibt dieser User, gab ja auch noch Gespräche mit Snicklink, dessen Corona-Standpunkte passen auch nicht zu dem Sinan von vor ein paar Jahren. Aber für ein paar Klicks ist er jetzt flexibel geworden. Und ja, mit Snicklink sprach ich in meiner Folge über künstliche Intelligenz. Und ja, Snicklink haut regelmäßige Takes raus, die man als Schwurbelei bezeichnen kann. Wenn mich nicht alles täuscht, bezeichnet er sich sogar selber als Schwurbler. Darf man mit so einer Person etwa nicht reden? Doch, natürlich darf man das. Reden darf man erstmal sowieso mit jedem. Und solange Menschen keine Gewalt- oder Umsturzfantasien äußern, sondern sich in erster Linie mit Deepfakes über alles mögliche lustig machen, dann habe ich damit ehrlich gesagt keine großen Probleme. Ja, der ist so Vernichtungsfantasie, ne? Also, dass wir vernichtet werden von der KI. Aber das ist was anderes. Kannst du mir eine Frage beantworten? Man sagt von dir, wer dich guckt, wird rechts. Da du eine Pipeline nach rechts bist und Schwurbler und rechts, aber warum diese Personen dich dann gucken? Sonst könnten sie ja die Kommentare gar nicht machen. Sind diese Personen entweder selbst rechts, ist das deren Coming-out? Ich kann dir das beantworten. Erstens, die meisten, die Kommentare über mich schieben, schauen mich gar nicht. Das heißt, sie wissen überhaupt nicht, was ich mache, sondern irgendwo haben sie gelesen, irgendwer hat gesagt, der ist rechts, also gehen sie da herum und sagen, ja, ja, so, der ist rechts. Das ist vollkommen klar. Jetzt wirklich, ohne Scheiß. Ich habe das hier sogar schon gezeigt, wo Leute auch gesagt haben, Erwin ist die Pipeline nach rechts quasi und dann wurden sie gefragt, ja, warum schaust du ihn dann? Und dann hat sie gesagt, ja, ich schaue ihn gar nicht. Und dann hat es auch schon Leute gegeben, natürlich, die mich schauen, aber ständig sagen, dass ich ein Rechter bin und dass ich eigentlich nur Rechte bediene. Warum sie mich dann anschauen, kann ich dir nicht beantworten, aber ich glaube, dass sie eigentlich Leute sind, die alle anderen für dumm halten und deswegen sagen, sie niemanden darf Erwin schauen, weil alle dumm sind. Kurz zur Klärung. Aber siehst du, genau sowas entsteht. Da hat jetzt irgendeiner verstanden, dass ich dafür bin, dass alle das gleiche Gehalt bekommen. Jetzt geht er auf Twitter, schreibt er einfach so, Erwin ist dafür, dass alle das gleiche Gehalt bekommen. Seine Vorderwer werden sagen, aha, interessant, das wusste ich ja gar nicht und das nächste Mal werden sie einfach so sagen, hey, Erwin ist übrigens dafür, dass alle das gleiche Gehalt haben, obwohl sie das noch nie gehört haben. Das ist einfach so stille Post, okay? Und so funktioniert das auch mit Erwin ist rechts oder irgendein Scheiß. Es ergibt absolut keinen Sinn. Hakon hat mal im Swing gesagt, dass sie den Alerta-Kanal ansehen müssen, um zu erfahren, wer Proletopia ist. Ich finde, man sollte Proletopia anschauen, um zu erfahren, wer Proletopia ist und nicht irgendwelche anonymen Lügner anschauen, oder? Ich finde, es ist besser, einfach Erwin selber im Original zu schauen. Dann kannst du selber entscheiden, was du davon denkst. Wäre mein Vorschlag. Und jedes Mal, wenn dir jemand sagt, hey, wenn du wissen willst, wer XY ist, dann frag ZX, ja, dann weißt du einfach, dass dieser Mensch sehr wenig taugt, in Wirklichkeit, weil, wieso hat er dir nicht gesagt, schau einfach den selber an? Das heißt so, wenn mich jemand fragt, wer ist, wenn ich dir sage, so, wenn du wissen willst, wer Sinan ist, dann schau dir dekadent an. Da stimmt doch irgendwas mit mir nicht. Eigentlich sollte ich dir sagen, wenn du wissen willst, wer Sinan ist, schau dir Sinan an. Wenn du wissen willst, wer Karl ist, schau dir Karl an. Und wenn wer was anderes macht, das spricht sehr viel über ihn. Also Erwin ist für mich eher eine Pipeline nach links, da er versucht, Menschen dort abzuholen, wo sie stehen, ohne sie direkt für ihre Positionen anzugreifen. Absolut, ja, das ist so, was ich tue, ja. Wenn wir immer nur alle angreifen, die andere Ansichten haben, fühlen sie sich nur bestätigt und werden aus Trotz erst recht nicht mehr über andere Ansichten nachdenken. Absolut. Erwin ist links, hat dabei einen anderen Ansatz als viele andere. Absolut, genau das ist der Punkt. Ich habe einen neuen Ansatz, ich habe einen anderen Ansatz und dieser Zugang lohnt sich. Und ich meine nicht Geld, sondern ich meine von dem her, wie viele Leute man erreicht. Hast mich bis jetzt als Rechter mehr zu denken gebracht, als die Pseudo-Linken, die haben mich mit ihrer radikalen Art angeekelt und leider auch mein Weltbild beeinflusst. Dank dir will ich jetzt das Kapital von Karl Marx lesen und denke darüber nach, mich der Wagenknecht-Partei anzuschließen. Du machst mich am Ende zum Sozialisten schämlich. Genau das. Ja, genau. Das wurde vorher geschrieben, das will ich vorlesen eigentlich. Das ist das, was ich mache. Und die Leute tun aber so, als wäre ich rechts. Das ist einfach das, 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 so, dümmste, was du über mich behaupten kannst. Oder nein, das Bösartigste actually. Kommen wir aber damit zur zweiten Aussage des Zuschauers. Für ein paar Klicks ist er jetzt flexibel geworden. Hm, interessant. Was hier angedeutet wird, ist ja, dass sie projizieren nur von sich selbst. Diese ganzen Vokis da und diese ganzen Pseudos auf Twitter, denen geht es doch nur um Likes. Ja, die haben doch keine eigene Meinung. Die haben doch nie irgendwas gesagt, was sie wirklich denken. Sie posten doch nur das, damit sie ein bisschen Wind und Applaus kriegen. Dass ich meine Themen und Meinungen gar nicht selbst entscheide, sondern im Grunde den Klicks und damit dem Geld hinterher renne. Ein anderer Zuschauer antwortete daraufhin folgendes. Ja, bedenkliche Entwicklung. Und jetzt wird's spannend. Der Nutzer der Geräte Das sind alles, das sind alles losties. Wer davon sprach, dass ich den Klicks und dem Geld folge, schreibt nun folgendes. Ach, ich bin optimistisch. Bei der GWUP hat sich wohl nach der letzten Vorstandswahl der Teil durchgesetzt, der Nikhil und Sinans Projekte eher kritisch sieht. Das Projekt der beiden war glaube ich auf YouTube auch nicht wirklich erfolgreich. Die hatten nur ein paar tausend Aufrufe. Sinans YouTube-Kanal läuft auch nicht. Bei der letzten Spendenstatistik kam er auf 300 Euro in der Woche. Und das war vor der mehrwöchigen Pause. Davon kann man nicht wirklich leben. Es ist ein bisschen schade, aber das ist der Weg, den Sinan gewählt hat. Das ist genau, wer sie sind. Das sind einfach so kleine, neidische und so von innen zerfressene Charaktere. Das ist alles, was sie sind. Es ist ekelhaft. Es ist wirklich ekelhaft. Wenn du solche Sachen, das ist so, das ist so ekelhaft einfach. Das ist so cheap einfach. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn ich so ein Mensch wäre, der so redet, Alter, ich würde mich schämen einfach für mich selbst. Okay, also mehrere Dinge irritieren mich jetzt an dieser Antwort. Erst heißt es, ich bin flexibel geworden und für Klicks, Reichweite und Kohle mache ich quasi alles, um dann festzustellen, dass es bei mir überhaupt nicht mehr läuft. Äh, 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 also was denn jetzt? Also beides gleichzeitig kann ja nicht stimmen. Entweder bin ich eine klickgeile Hure und käme... Ja, ja, über mich sagen sie auch die ganze Zeit so, dass mein Kanal einfach so nichts mehr taugt und alles stirbt ab und nichts funktioniert und alles ist kaputt. Es steht ordentlich aus. Hat auch Dara gesagt. Schauen wir uns morgen an. Oder bei mir läuft nicht. Wie es wirklich finanziell aussieht, schauen wir gleich mal. Ich hatte auf jeden Fall Lust auf eine kleine Provokation und habe folgendes geantwortet. Du sagst, sie wollen dir den Mut austreiben, damit du aufgibst. Nein, nein. Sie wollen sich selbst den Mut einreden, damit sie nicht aufgeben. Das ist der Punkt. Konto war voll. Weil sonst müssen sie sich eingestehen, dass das, was sie machen, einfach vollkommen lost und dumm ist. Aber... Voll, da musste ich erstmal einen Monat Urlaub machen. Aber jetzt fange ich wieder an. Sorry. Darauf erhielt ich die Antwort. Konto war voll. Ja, das glaube ich dir. Man kann bestimmt auch mit. Diese Leute sind so rechts. Diese Leute sind so rechts. Ich schwöre dir, kein Rechter würde dir jemals sowas schreiben. Ja. Kein Rechter würde dir sowas erschreiben, dass er dich so herabwertet und sagt, das ist Bürgergeldniveau. Dass er dich so abwertet. Verstehst du das? Das kriegst du nur bei einem Pseudowoken. Das kriegst du nirgendwo anders, Alter. Den 13.000 Euro im halben Jahr leben. Aber ich denke, dass das Bürgergeldniveau ist. Ist halt das Minimum, was zum Leben so gerade reicht. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber schwingt da so ein bisschen ekliges, kapitalistisches Gedankengut mit? Oh ja. Ist es im Grunde nicht völlig egal, ob ich nur auf Bürgergeldniveau verdiene? Ist doch nicht schlimm. Wenn ich mit einem bescheidenen Lebensstil damit gut zurecht käme, wo läge denn dann das Problem? Ist wenig Geld verdienen etwa verwerflich? Mir fällt immer wieder auf, dass wir den Erfolg eines Menschen mit seinem Einkommen verknüpfen. Als YouTuber gilt Klassismus. Dann viele Klicks, viel Geld, erfolgreicher Mensch. Wenn es dagegen nicht so gut läuft, dann ist man was? Ein Versager? Also ich finde dieses Menschenbild irgendwie... Ja, es gibt da draußen viel zu viele Leute, die einfach vollkommen irrelevant sind. Und sie möchten sich einfach sozusagen dranhängen an jemanden, der relevant ist und dann den einfach runterziehen. Das ist, was sie wollen. Aber man muss diese Leute verwenden, um eigentlich mit denen, so wie Sinan es jetzt macht, noch mehr Geld zu machen und noch mehr Zuschauer anzulocken, noch mehr Erfolg zu haben. Ziemlich traurig. Mir ist völlig egal, wie viel jemand verdient. Ich wünsche mir, dass jeder genug hat, um zufrieden zu sein. So, das ist die Logik eines KuchenTV. Du, KuchenTV, hast deinen ganzen Kanal darauf aufgebaut. Zu sein. Aber was ist denn jetzt mit meinem Kanal? Hat der Zuschauer recht? Geht Sinan's Woche den Bach hinunter? Gucken wir doch mal. Seit der letzten Sendung vor vier Wochen habt ihr mich mit unfassbaren 1573 Euro unterstützt. Dazu gab es in diesem Zeitraum auch noch 335 Euro von YouTube und ich darf knapp 400 neue Abonnenten auf meinem Kanal begrüßen. Und Onlyfans? Wie viel ist Onlyfans? Abzüglich Steuern bin ich mit diesen Einnahmen natürlich immer noch kein YouTube-Millionär. Was aber auch völlig in Ordnung ist. Ihr wisst ja, nicht alle... Nein, ist es nicht. Erst wenn du mit Rolex fleckst, dann... ...Menschen sind gleich. Zum Schluss der Sendung möchte ich noch eine Nachricht von Raphael vorlesen. Er hat mich mit 20 Euro unterstützt und folgendes geschrieben. Weiterhin gute Nerven. Du hättest auf jeden Fall mehr Reichweite verdient. Aber nach dem Framing durch bestimmte Bubbles mag sich da wahrscheinlich kaum ein YouTuber die Finger vermeintlich verbrennen und auch ungerechterweise in diese komische Proud-Boy-Ecke gedrängt werden. Falls ihr euch jetzt fragt, was er meint. Also Proud Boys sind eine rechtsextreme Organisation aus den USA. Und äh... Ja, wie soll ich es sagen? Es gibt tatsächlich ein paar Freaks da draußen, die Nikhil, Matze, mich und unser Format The Boys of Reason tatsächlich in eine rechte Ecke drängen wollen. Ja, es klingt komplett bescheuert. Und denkt man an das zweidimensionale Feld, dann könnte man sich ja mal fragen, diskutieren wir bei The Boys of Reason wirklich Themen zwischen links und rechts oder vielleicht nicht doch eher zwischen oben und unten? Aber wie geht man mit solchen Vorwürfen um? Hm, ich kann nur sagen, wie ich es mache. Es ist mir egal geworden. Welche Etiketten man von irgendwem angeheftet bekommt, interessiert mich nicht. Ich weiß, welche Werte ich vertrete. Diese Etiketten werden eh nur dafür verwendet, dass man über dich lügt. Sonst gar nichts. Die ergeben ja überhaupt keinen Sinn. Wenn du anfängst, Sinan einen, äh... äh, ein Spracher oder einen neuen Rechten zu nennen oder mich rechtsradikal, dann hast du sowieso jegliche, so, 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 Hirnwindung verlassen und aufgegeben, ja. Ich weiß, dass ich gegen Gewalt bin. Ich weiß, dass ich tolerant bin. Ich weiß, dass ich freie Gesellschaften bevorzuge und Autoritäten eher ablehne. Dafür brauche ich kein Etikett, keine Auszeichnung und vor allem brauche ich niemanden, der mir das bestätigt oder es verneint. Manchmal ist es... Ja, ja, weil du sagst, Sinan ist Martin Zellner, Erwin ist Höcke, ja. Aber im Endeffekt rückt man uns genau dorthin. So, da musst du dir schon mal überlegen, was tust du da eigentlich? Was redest du? Geht's dir gut? Bist du dumm? ...trut richtig und ausreichend, sich einfach auf sein Bauchgefühl zu verlassen. Deswegen immer stets freundlich bleiben und... Ja, oder rückst du die beiden in deine linke Ecke? Ja, genau so. Was machst du eigentlich? So, ist das normal so? ...sein Lächeln nicht verlieren. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende und sage bis bald. Das war Sinans Woche. Total cool zusammengefasst. Ja, Sinan, hat ja wohl diese Woche niemand ein neues Musikstück gemacht. Es geht nach unten, Sinan. Es geht nach unten wie Aufzug. Warum heißt der Aufzug und nicht Runterzug? Naja. Das war's. Das war's. Das war's. Ja.